Jetzt schaffen wir ihn aber garantiert. Noch ein Versuch und jetzt müssen wir es schaffen. Ich habe nicht gewusst, dass Bowser so eine große Augenbraue hat. Nimm mal den. Ja, wunderbar. Jetzt müssen wir noch einen Marsch da fahren. Jetzt kriegen wir noch die Ruhe. Schnell. Ja. 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 So, jetzt kriegen wir da was an. Ich meine, das Feuer mit Spielen bräuchte, das spielt jetzt mit. Ja. Ich muss nur noch einmal treffen. Das wird bestimmt leicht. Ich glaube, er ist ganz schön sauer. Ja, aber jetzt kriegen wir ihn. Ich bin sogar der Meinung, ich habe das erste deutsche Let's Player, der mit Luigi spielt, glaube ich. Zumindest habe ich keine andere gesehen, die das machen. Glaube ich nicht. Mensch. Das Zähne ist doof. Das kann sie bestimmt noch in die Länge ziehen. Das kann sie bestimmt noch in die Länge ziehen. Ich kann jetzt so gut. Jetzt müssen wir es eigentlich in die Länge ziehen. Jetzt müssen wir es eigentlich in die Länge ziehen. Mist. Nee, das lassen wir erst mal warten. Jetzt warten, dass wir ein bisschen Feuer hier fertig ist. Wünsche. Vergiss die Wünsche. Jetzt komm. Nicht so schnell. Doch. Ja. Jetzt haben wir seinen Schwanz. Jetzt müssen wir sein Kind. Ja. Wir haben ihn besiegt. Und das Ende ist gekommen. Nein, du hast es wirklich geschafft. Du hast mich besiegt, Luigi. Oh, ich habe Mario vergessen wohl. Umzuschreiben. Naja, was soll's. Ähm. Ähm. Ja, ja. Wir haben es geschafft. Endlich. Jetzt kommt noch der Abspann. Eigentlich. Oh. Ja, er hat es geschafft. Controller bei Seite und wir haben es geschafft. Jetzt kommt noch der Abspann. Und meine nächsten Videos kommen jetzt auf meinem neuen Computer. Wenn jetzt auf dem neuen Computer gedreht. Und, ähm. Yoshis Island. Das mache ich nochmal ganz allein schnell. Bis zu Welt 2. Bis wir es da geschafft haben. Ich sage schonmal Tschüss. Und ich habe mich gefreut, dass ich das mit euch gespielt habe. Und jetzt könnt ihr euch nochmal den Abspann angucken. Ich sage schonmal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Euer Tor Axel. Und jetzt bei einem neuen Computer. Und jetzt bei einem neuen Computer. Und jetzt bei einer neuen Runde. Ich würde es nicht sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und es ist alles dankbar zu Ihnen. Danke, Mario. Wir müssen etwas spezielles für Sie. Hier wir kommen! Listen, alle. Wir machen ein deliciouses Kegel. Von Mario. Maja! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020